Während Sie auf Achse sind, hat diese clevere IP-Kamera ein wachsames Auge auf Ihr Zuhause. Sie legen einfach bis zu drei Bereiche für die Bewegungserkennung fest und die Kamera beginnt die Aufnahme, sobald sich etwas regt. Dank moderner Videokomprimierung und Dual-Mode-Videostreaming mit hoher Bildfrequenz ermöglicht die Kamera immer die bestmögliche Qualität. Die mitgelieferte Software zeigt die Bilder von bis zu 16 Kameras an. So verwandelt sich das Gerät zusammen mit weiteren Kameras in ein vollwertiges Überwachungssystem. Die aufgezeichneten Bilder und Videos können Sie überall auf der Welt einsehen, entweder als E-Mail-Anhang oder auf einem FTP-Server. Oder Sie nutzen die Dienste der optional erhältlichen App für Ihr iPhone. Ist Ihnen das immer noch nicht sicher genug, schickt Ihnen die Kamera in vorher festgelegten Abständen oder auf Anforderung hin ein Bild oder Video. Natürlich können Sie auch ganz unkompliziert über eine URL auf Ihre IP-Kamera zugreifen. Ob fürs Büro, Kinderzimmer oder andere sensible Bereiche, die IP-Kamera von Edimax gewährt Ihnen jederzeit perfekten Einblick. Greifen Sie jetzt zu. Ecco mal. Untertitelung des ZDF, 2020